Wunderschön, eigentlich gleich K. Wieso bist du jetzt bei mir eingestiegen? Wir sind ein bisschen Spaß beim Vf. Ach, das war die bisher. Ich glaube, wenn wir da oben sind, ist bestimmt kein Gegner mehr dort. Was? Warum schickt uns das Navi jetzt hier lang und nicht gleich unten auf die große Straße? Weil ich ja springen soll. Ja, genau. Das wird nix. Doch. Ach nein. Ach. 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 Ich kann jetzt heute schnauze halten, das geht mit dem Schwein. Ich weiß nicht, dass ich ein Kriminaal selbst bin. Ich würde nur meinen Hohenwerken machen. K-Kriminaal-Hohenwerken. Der Prison Angle wird uns helfen. Das ist nicht etwas, was sie machen würden, aber das ist das, was die Autorität glauben, dass sie machen würden. Das ist alles, was wirklich wichtig ist. Entschuldigung? Okay. Halt mal ein bisschen die Hau... Was ist denn? Ja. Was müssen die anderen beiden eigentlich machen, die nicht im Gefängnis sind? In dem Flugzeug rumfliegen. Einer Pilot und der andere auch Pilot, aber hier liegen. Der muss den anderen Piloten schützen. Also bin ich im Gefängnis. Ich mache den Sprengmeister, den Support-Heli. Was ist das? Was ist das? Achso, ihr seid schon da, oder was? Ja. Ihr seid noch im Spawnpunkt. Knapp da einfach. Okay, gut. Wir sind jetzt klar aus der Stadt raus. Ach, scheinein. Was ist da? Die G's Abkürzung. Der Verlängerung. Das ist... Ja, warte. Warte, warte. Du... ... 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 Guck, gehöre! Oh mein Gott! Hör mich! Scheiße! Hahahaha 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 Scheiße Hahahaha Ich hab jetzt kein Auto mehr, nimm mal Jeff mal mit Hahahaha 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 Bei mir war da grad mal ein Auto, ich wollte freiblich an das Auto Transfahren Dann war das Auto, läuft immer weg und dahinter ein roter Goss Hahahaha 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 H alive Hhählich Hahahaha Hörhä Hahahaha Ja René, guck mal hier rechts, der Gostank war's. Ach der? Der dort ist schon wieder so brennt jetzt. Genau der.